Hey, was geht ab? Jay von JS Films, in diesem Video schauen wir uns Hagen Labs an. Was dieses Tool ist, dass diese Videos in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Es ist tatsächlich etwas, wonach ich immer suche, wenn ich solche Videos mache. Ich gestalte meine Kurse so, dass ein breiteres Publikum erreicht wird. Jetzt nutze ich Untertitel mit KI. I'm super excited about this and I'm just talking a lot because there is a 30 second minimum duration that I do have to record for the upload to work. So hopefully this is 30 seconds. Aber wenn das jetzt funktioniert, werde ich mehr Menschen erreichen können. Ich bin total aufgeregt und rede viel, weil der Upload 32 Sekunden dauern muss, um zu funktionieren. Hoffentlich ist dies also der 32. Platz. So, jetzt geht's.